Musik Jo Leute, zurück 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 Zu einer neuen Folge von Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Und wir haben letzte Folge Dann den Weg zur Tenchi Brücke angetreten Um da Nicht einsetzbar gegenüber Um da genau ihn zu finden Und der Hype ist jetzt richtig real 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 Weißt du, jetzt hab ich den normalen WTF, wie verfrüßt der denn? Was, 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 wie verfrüßt der? Oha Was, wie verfrüßt der Wie viele Schwänze sind das? Drei Fünf Was, wie verfrüßt der denn? 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 Oh, das ist interessant Was, wie verfrüßt der denn? Komm, komm! Set up! Weißt du, komm! Ich bin ein bisschen Ich habe einen kleinen Erdner Ich habe einen Kempner Die Ich habe eine Was ist das? Was ist das? Verkuckte Hamba Hamba Goodbye Das ist die ultimative Bijou-Kude Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du hast das gemacht, was ich erwartet? Endlich Das ist richtig Du wirst wissen was zu machen Und信 deine Herz an mir Komm Komm Give him a glimpse of our power Ja, nur ein Schwanzige Ja, ich muss sagen, der Kampf war nicht Ich fand den nicht ganz so cool Nicht ganz so cool wie die epischen Kämpfe zuvor gegen Sasori Zum Beispiel Ich glaube, dass ich das Ich habe auf die Grenzen geschehen Aber das ist weit weg Nicht ganz klar Das war nicht so cool Für I still possess the thing they want most I have Sasuke I have Sasuke What was that? It's Chakra, it can't be They seem to have settled things What? I must hurry and rejoin Lord Orochimaru I have to go to Naruto What's going on? Apparently, the worst has happened Any minute now Asuka Orochimaru I'm trying to rail this roof I have to grow I can to run all the states I have to go to the international tava Very good Get faster Ich weiß, ob da es gar nicht liegt da. Auf zu Naruto! Muss ich jetzt echt gegen den Kämpfer fliegen? Muss ich jetzt echt gegen den Kämpfer fliegen? Alles klar, ich muss gegen den Kämpfer, geil! Of course I'm ready! Gegen den 4-schwänzigen Naruto! Alter, macht der Schaden! Wie ist das? Ich muss auch die Schaden aufschreiben. Wie ist das? Was ist das? Das ist so stark also, wenn er mich trifft bin ich echt... Das ist so stark. Atten! Elder-Jutsu, 10th Inikon Enlightenment! Wir haben irgendwie... Krass. Ist Naruto gut? Das stimmt? Ja, wir haben es geschafft, um den Chakra der Nine-Tales zu verabschieden. Verabschieden? Wie können Sie... Vor lange Zeit, Orochimaru hat mich für einen Experiment benutzt. Ich habe mit den ersten Hohkage geplant. Die ersten Hohkage? Die ersten Hohkage hatte totales Kontrollen über Tailled Beasts. Nur ich kann das Jutsu performieren, um pacifizieren Naruto, weil ich den ersten Hohkage enthalten habe. Also, das ist warum. Um, Sai... Ich weiß bereits über Sai. Was? Ich werde später erklären. Naruto wird bald wachsen. Naruto! Huh? Sakura? Was ist mit mir passiert? Oh Gott. Ich bin froh, dass du nicht verabschiedst bist. Das war ein ziemlich interessanter Spiel. Was machen wir jetzt? Für jetzt, wir zurück in der Hohkage. Hm? Did you need something? You were... with Naruto. Let me make this clear. I am not your enemy. I've come to negotiate under orders from a certain person. And on his behalf, I'd like a word with you. Hm. Hm. Listen to the boy. Give me one good reason why I should believe you. Hm. What's that? A list of Anbu Black Ops led directly by... Hm. Hm. So, you snuck away. My thanks. You said you wanted to negotiate. Yes. This is no place for a conversation. Let's talk at our hideout. Come with me. As I feared. I hate Sai. Sai war auch schon immer so ein unsympathischer Charakter. Auch später wurde das nicht besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sai did what? That's right. I'd noticed several oddities in Sai's behavior, so I used one of my clones to keep an eye on him. Well, actually. He's with Orochima. During the time I watched him, Sai didn't seem to... Then what? This is only something of a wild guess. I think Sai may be taking orders from someone, if we assume that Sai's master and Orochimaru have... But what's so important that he team up with Orochimaru? Maybe... plotting a second destruction of the hidden leaf village. No! It's too dangerous for us to allow Sai to go... Yes, sir! Ja, let's fetz zum... Ne? Hideout. So viel Zeit muss sein... Orochimaru is in here. Right. Okay. Of course. Let's do this! This is Orochimaru's hideout. There's no telling what sort of traps may be waiting for. Right! Entweder ich gehe in jede Tür rein... Okay, schade kann ich nicht. Noting... Und wir wissen genau, wen wir gleich treffen. Wir wissen genau, wen wir gleich treffen... Wir wissen genau, wen wir gleich treffen! Jeder, der Shipputen angefangen hat zu gucken, weiß, wen wir gleich treffen. Jeder! Jeder weiß es... so you made it this far you jerk why did you betray the hidden leaf my you realized i'd betrayed you if you figured out that much i assume you also i guess you weren't acting alone this is your other master's agenda isn't it and whoever that may be is plotting to destroy the leaf for the second time well done that's correct we will crush the current hidden leaf and construct a new one sai doesn't it bother you to be helping with it not really it is my mission after all right all right that's enough talking i feel i can't let you be on this point because sasuke is over there sasuke is i'm sorry but i'm a way that leads to sasai i can't mess around here especially i'll bust my way through if i happen captain yamato sakura don't interfere wait there are three of us here we'll have a better chance captain yamato i think there's a lot that knows but i can't give you very long if i think you're right right you're right und jetzt kriegt zai richtig auf die fresse ich hasse zai aber richtig auf die andere fresse Das war's für heute. Wir dürfen das nicht machen. Haben wir, Arschloch. Das ist der Moment, wo ich dann wieder sage... Warum? Das letzte Mal, wir kämpften... Du warst nicht so... Ich sagte dir, ich will nicht die Merse geben... Ich mache was, was es braucht, um zu schützen unseren Bogen! Du sagst mir, das ist wo deine Macht kommt? Die Mission ist zu retten, Sasuke! Ich würde mich nicht überraschen, wenn ich dich wäre. Was? Als ich hierher gekommen bin, habe ich Sasuke kennengelernt. Was? Selbst wenn Sakura mir gesagt hat, dass du Sasuke als Bruder denkst, Sasuke mir gesagt hat, dass er dich nicht interessiert. Also, warum? Na, na, na. Du hast ziemlich schnell verloren. Kabuto! Du hast uns nicht verletzt. Alfred... Schau dir dein Gesicht. Shut up! Du hast nicht verletzt Sasuke... Du siehst? Du hast es verletzt. Du hast es verletzt. Du hast es verletzt. Freunde, passt auf. Den nächsten Kampf machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da. Subscribe nicht vergessen, falls ihr das noch nicht getan habt. Kleiner Klick für euch, riesengroßer Klick für mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Peace out und ciao.